ach ich bin schon online liebe gemeinde wenn ich in die tageszeitung schaue dann stelle ich mir manchmal die frage auf wen hören wir eigentlich gibt es viele die familie beispielsweise eltern auf die wir manchmal hören geschwister oder unsere kinder die uns mit rat und tat zur seite stehen gute freunde dann gibt es auch noch wo wir unkritisch auf die politik schauen auf gesellschaft wir folgen manchmal auch blindlings der presse und den medien aber da gibt es jemand der will wirklich nur das beste für sie und für mich und das kommt heute im evangelium jesus christus er ist der der zu uns sagt komm und folge mir nach es ist ein weg der nicht immer einfach ist aber ich denke es ist ein weg der zum glück führt ein weg der mir ziel und der mir sinn gibt komm und folge mir nach jesus ruft uns wir müssen nur ihm folgen liebe schwestern liebe brüder das ist ein abenteuer aber ich denke dieses abenteuer lohnt sich ich glaube gemeinsam wenn wir gemeinsam auf dem weg sind zu ihm und mit ihm dann kann unser leben gelingen dann können wir das glück finden dann finden wir unseren persönlichen sinn warum wir eigentlich da sind dieses suchen und dieses finden das wünsche ich ihnen heute am sonntag ihr kaplan michael schüler